dann lösen wir doch mal das erste band die erste luftschlange glückwunsch rote luftschlange gelöst nipse limit wurde damit erhöht das war toll und wir haben beide etwas zum ergebnis beigetragen wusste doch dass wir ein gutes team sind hey du kannst jetzt mehr schnipse tragen sag schon wie gibt es die erste konfetti feste na gut das war wirklich aufregend aber es gibt noch ein paar luftschlangen mehr zu lösen also welche farbe wollen wir uns als nächstes vornehmen ach richtig die blaue luftschlange auf dem roten berg wir können genauso gut da anfangen vielleicht sogar am besten da denn von hier aus sieht man alles super schön all right willkommen zurück bei paper mario der origami king jetzt diesmal teleskop ja schauen wir mal rein letzten wart haben wir hier den boss bezogen ah da kann man das schloss anschauen ich möchte mich noch auf die andere seite und ja jetzt haben wir die erste luftschlange gelöst und können weiter machen mann lieber tot ich habe viel zu lange am falschen ende von dem ding geklebt platz da jetzt will ich mal durchgucken ok ich dachte mir schon die wird das jetzt gelöst und ich denke mal hier nicht ich dachte hier wird auch der nächste kommen aber ja wir kommen in ein neues gebiet und da das sah so schön im trailer aus da fliegen so ganz viele orangenen blätter immer alle bilder von diesem geheimen buntstift ding sind weg vielleicht sind sie ja verschwunden als wir ihn besiegt haben er war ziemlich böse aber seine kunst war richtig gut das ist ja ein echtes moralisches dilemma ja da hast du recht so hier ist wahrscheinlich ein tot tatsache gerettet ich dachte schon dass man mich mit dem zerbrochenen stiftenden mühe vielen dank an dieser stelle würde ich normalerweise sagen wir kommen auf der aussichtsverschwendung des panoramatums vielleicht viel spaß mit der aussicht ich hätte ich könnte immer noch sagen und könnte immer noch spaß haben aber falsch anfühlen würde sich schon ah cool damit haben wir hier alle tods gerettet das habe ich eigentlich nicht erwartet da stand gerade auch irgendwie hochklettern wir haben ja echt viel eigentlich hinbekommen oh sorry ja ja ich weiß über die seilbahn ich weiß schon nein ich drücke die ganze falsche taste so hier wollte ich drücken info artist ist das gar nicht hier totgeräte chats minis gesammelt ja nur die haben wir überhaupt nicht sonst kann ich das jetzt eigentlich hier ja oh wow aber nur so okay naja egal auf jeden fall möchte ich heute dann schon das neue gebiet ansteuern ist ja logisch wir haben hier sowieso jetzt echt viel geschafft und ja wie gesagt ich glaube es wird kein 100% let's play aber wir werden es uns noch genauer anschauen ganz ehrlich jetzt auch direkt weiter weil ja was soll ich hier noch gucken also die traurige könnt jetzt endlich wieder machen was ihr wollt und wir können hier raus weil der shop hat ja nichts zu bieten ne aber ist schon krass wie lange sowas dauert bis man die erste luftschlange bezwingt wenn wir mussten zwei bosse besiegen aber wenn der so oh ich esse jetzt voll schöne musik sehr cool da sieht man schon die seilbahn und den roten streifen der jetzt im vordergrund steht ah dachte ich mir hallo ah endlich hat mich irgendein fang gedruckt auf die rückseite des schilds gelesen du bin ich gerettet und dich in nutzungsbedingungen und haftungsbeschränkungen dieses schilds aus so was steht denn da panoramasport ah ok da stand gar nichts das wäre cool aber eigentlich mich würde es irgendwie witzig finden ok ich frage mich jetzt gerade das ging ja direkt ja soll ich da jetzt hingehen wie viel geld habe ich nochmal ja komm das machen wir jetzt so ich sollte nochmal wieder bei totown zurückgucken aber ich weil da wird es jetzt halt viel belebter schon sein ich möchte jetzt erstmal hier weitermachen so 19 im picknickpfad und zwar möchte ich mit dir hier sprechen hi so du hast hier noch genau wie viel geld habe ich auch 5000 ist es mehr ehrlich gesagt zu wenig aber ich weiß ja hier um was es geht so das geld das habe ich schon das respond irgendwie die ganze zeit wie schaut es eigentlich ups hier aus aber ich drücke immer das falsche wenn man tot eigentlich schon echt gut gerät gut im flüst davor ist jetzt nett so aber einen grafiti genau die hälfte ja irgendwie schaut es immer gleich aus hat sie minis hole ich mir irgendwie immer bloß nicht vielleicht werde ich 100 prozent ich bin mir noch so unsicher habe ich die einen prozent mit spielen oder machen werde hier schaut es schon echt gut aus halt ne nur schatz minis halt aber die finde ich irgendwie nicht so ganz aber nun gut was ich mich jetzt frage ja wahrscheinlich nicht ob ich da nochmal hin kann nein 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 lass mich doch danke stimmt es ist gar nicht mehr schlecht dass wir zurückgekommen sind denn dieses haus ist jetzt freigelegt ja natürlich gibt es hier dann auch einen toad und eine röhre oh ist das eine weitere ins museum vermutlich ne hallo oder wir gucken gleich wo das hinführt war noch ein toad hier wo denn alles cool so ein radiosender hier glaube ich rundfunk oder wir können mal lesen sensorlabor hauftquartier picknickfahrt auf jeden Fall ist hier ein mini mhm vom sensorlabor ja passt natürlich weiß nicht ist hier noch irgendwas aber ich find es toll dass wir mehr schnipse jetzt tragen können hier wahrscheinlich im briefkasten ne das kann ich mir vorstellen ja Fand ich sogar mich selbst tot. Die Frage ist, da ist jetzt nix mehr. Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, ich denke mal, das sind die. Aber nein, war es nicht. Ja, es ist mal wieder so einer. Mario, ich hätte es zu wissen sein. Danke. Jetzt würde es mich noch mal interessieren. Picknickpfad, wo ist denn da? 94? Ne, Toastgrade 89. Oh, okay. Es sind halt immer noch echt viele. Mich würde es jetzt doch zuerst interessieren, wo wir denn da rauskommen, wenn wir durch diese Röhre gehen. Ja, mal gucken. Also ich denke, Museum, Tatsache. Ah. Hier in Toton. Ja, schaut mal, das ist schon viel belebter. Hey, gehst du gerade, Gassi? Du erinnerst dich noch an mich, oder? Ich bin der Tod mit dem Hundestudio, der in meiner Weile gerettet hast. Komm, Studium, meine ich. Komm, Studium. Hey, trainieren ist besser im Reden. Komm doch einfach rein, ich zeig dir alles. Ja, okay, dann machen wir das doch. Wenn wir jetzt schon hier sind. Ah, die Musik ist ganz anders, ne? Dann können wir das machen, aha. Der hat also im Keller sein Studio. Ich denke mal, das wird jetzt auf jeden Fall... Oh, cool. Hey, hier bist du ja. Wir kommen in meinem Hobbykeller. Ich meine Kampfstudio. Sorry, technisch geht's, aber wirklich ein Keller. Aber es ist auch ein Kampfstudio egal. Da wir gerade von diesem Falschfreaks bedroht werden, können eine Einrichtung vielleicht von Nutzen für dich sein. Hier wirst du neueste technologische Erinnerungen schaffen, präzise verarbeitet und dir zu helfen, dein Können im Kampf zu verbessern. Antischer Kosten extra. Oh, aber ich hab dir von Bonusaktionen von meinen Mitgliedern erzählt. Hier ist ein Gratisgeschenk. Ein One-Up? Oh, cool. Du weißt, wie man das Ding benutzt, oder? Ja, trag einfach bei dir. Und wenn du mal schief geht, hast du eine zweite Chance. Wenn du mehr davon brauchst, versuch's mal in meinem Laden. Wird gern wissen. Ah, die Hammermaschine. Gute Wahl. Bring dir bei, wie perfekter Zeitpunkt... Ah, timen musst. Willst du Hammer... Ja, das hab ich nämlich noch nie verstanden. Aber das war schon gut genug. Dann... Ah, okay. Dann hier kann man das Stampfen machen. Was ist das hier? Ah, wenn sie angreifen. Ah, wie cool. Interessant auf jeden Fall. Möchtest du trainieren? Ja. Ich denke, man kann auch schon viel zu früh machen. Also perfekt muss es echt nicht sein. Würde mich nur noch interessieren, was ist das hier? Ah, mit dieser Maschine kannst du hohe Kunst der geschickten Anordnung geben. Kennst du das? Du gerätst in einem Kampf mit Fallschirken und bei all der Hektik klappt's mit der Anordnung nicht so ganz. Ja, das kannst du hier mal ausprobieren. Ah, nein, 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 danke. Nee, nee, nee. Zehn Rätsel lösen. Schaffe in 100 Sekunden viele Anordnungen, wie du kannst. Ja, okay, das machen wir 100 Sekunden. Ist okay. Dann haben wir hier alles gesehen. Ich mach Stufe 1. Let's go. Ach, cool, sogar mit Toads. Ja, mal schauen. Ja, es ist hier super einfach. Super. Dann haben wir einfach hier das ganze Studio gesehen. Oh, schaut mal, hier sind alle Toads. Wie cool. Ah, ich seh schon, das wurde hier farblich angeordnet, damit man es besser sehen kann. Ah, Moment. Ist aber auch noch nicht schwer. Aber egal, wir machen das ja nur damit wir es sehen. Ah, das muss man hier in der Rekordzeit schaffen. Ich hoffe, ich krieg's unter 100 Sekunden hin. So, sehr schön. In 11 Sekunden bis dato. Alright. Oh, da weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so gut. Nein, so. Ah ja, okay, und jetzt noch so. Ah, okay. Verdammt. Egal, 1,20 und ich hab schon fast die Hälfte. Es ist halt gut, dass man das wirklich so sieht, ne? Komm schon. Ja. Ja, es geht. Es geht voran. Okay. Also unter 100, denke ich mal, werde ich auf jeden Fall hinbekommen. Ich werde sogar unter 60 vermutlich es schaffen. Ja, und jetzt? Nein, hier, keine Ahnung. Hä? Wie denn? Ah, verdammt. Ah, muss 10 in Folge schaffen. Ich dachte, es geht auf Zeit. Egal. Dann, Leute, wir haben es jetzt gesehen. Super. Weicher-Vorgang. Schaffe 10-Sicher-Anordnung, so schnell du kannst. Ich hätte lieber Wettringen. Mal. Ja, dann machen wir das jetzt auch noch. Dann sind wir hier im Kampf-Dudio ein bisschen unterwegs. So, 100 Sekunden. Ja, das fällt jetzt schon schwerer aus, ehrlich gesagt. Ich muss auf jeden Fall das Underdip nutzen. Das ist da. Was? Zum Teufel, warum nicht? Hä? Ja, hier hat man mehrere Versuche. Okay, habe ich einfach nur das falsche vorgemacht. Wie viele Züge habe ich denn? Ja, doch, zwei. Oh, wow. Es muss halt andersrum sein. Ja, mein Gott. Unnötig, sage ich da nur. Okay. Ja, ist auch einfach. Eigentlich. Na, Moment. Ich fange mit dem an. Ah, oder Moment. Verdammt. So. Das war auch falsch. Ich muss mit dem anfangen. Oh, oh. Mann, warum stelle ich mich hier denn jetzt so blöd an vor? War es voll krass, so voll schnell. Die sind hier schwerer, finde ich. Ja, wo das geht. So, das ging jetzt. Halt sich schnell reagieren, ne? Okay. Hey, hä, WTF, wie das? Ah, nee. Hä? Ich weiß, glaube ich, so. Nö. Was zum Teufel? Wie soll man das denn machen? Ah, oh mein Gott. Ich müsste noch eins weitermachen. So doof machen. So, jetzt nehme ich beide außen und dann kann man beide anordnen. Ja, ich schaffe es auf jeden Fall nicht. Ich habe jetzt viel weniger Zeit nur noch. Toll, dass ich beide Aufgaben nicht hinbekomme. Nur Lila? Vielleicht denke ich mal, man muss so. Oh, nee. Äh, Moment, anders. Hä? Nee, ich checke es überhaupt nicht. Hey, wieso wir das denn machen? Ah, nee. Nee. Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Ah, ich musste wahrscheinlich die anderen auf die andere Seite. Naja, ist jetzt auch egal. Ich bin schlecht, Leute. So, passt schon. Ja, Speichervorgang. Speicher halt. Da haben wir hier das ganze Dojo gesehen. Und dann möchte ich jetzt nur noch im Shop gucken. Was ist das hier? Ja, diese Maschine ist endlich für den Einsatz. Du hast Frage? Du bist bereit? Wie schön hat in der letzten Schrei solche Hologam-Technologie? Ich nenne sie Holoboss-Maschinen. Kurz und knackig. Jedenfalls, wenn du betrittst, wird es dich anfühlen, als wärst du direkt mit dem Boss fallen. Oh, Leute, das machen wir nicht. Wir haben jetzt genügend Bosskämpfe, ganz ehrlich. Gibt es kein Game Over? Das ist schön, oder? Wenn du Game Over gehst, gibt es kein Game Over. Also, merke ich dich und... Ja, ne? Nein. Das würde jetzt zu lange dauern. Wir haben vor allem den ersten Boss gesehen. Aber es ist logisch, was passieren würde. Ey, ja, und wo ist jetzt dein toller Shop? Naja, ich würde sagen, vielen Dank. Ist auf jeden Fall mal so cool für zwischendurch. Ist auf jeden Fall witzig, dass von unten das so unscheinbar ist. Äh, von oben. So, okay, dann gehen wir aber wieder zurück, würde ich mal sagen, ne? Ich möchte nämlich heute eigentlich schon ins neue Gebiet kommen. Und wenn wir so weiter trödeln, dann wird das leider nicht möglich sein. Oh mein Gott, die Musik erinnert mich so an Yoshi's Crafted World. Und das Film... Ja, ich sag's mal so, ist nicht so gut, ne? Ja, okay, aber wir müssen auf jeden Fall nicht hier links. Nehmen wir alles mit. Ah, das One-Up ist auch mega cool. Ich glaub, das wird auch nicht so oft es geben. In diesem Spiel. Also, das ist so meine Vermutung. Wenn ich das jetzt so bekomme, als Belohnung für irgendeinen Toad. Wenn man viele One-Hands hat, dann ist das echt so einfach, würde ich sagen. Aber ich finde es auch toll, dass ich jetzt einen One-Up genau nach meinem Fight bekomme, ne? Das ist ein bisschen blöd. Ah, gut, wir müssen jetzt nochmal nach oben. Da gibt es leider keinen Weg dran vorbei. Ich habe hier noch irgendwo ein... Ja, genau, hier. Ich check's halt immer noch nicht, wo ich hier ein Toad sein soll. Aber nun gut, wir müssen ja nicht vorerst zumindest. Also, 100 Prozent, ich weiß es wirklich nicht, ne? Und jedes Mal, glaub ich, glaub ich hier ran, aber da ist keiner. Bitte lasst mich, bitte lasst mich, Ishar-Ergen. Ishar-Ergen, genau. Ah ja, das war ganz hilfreich. Bin ich wieder full. So, aber okay, es geht auf jeden Fall langsam voran. Langsam aber wirklich. Langsam aber sicher. Und jetzt freue ich mich auf die Bahnfahrt. Das wird bestimmt ganz cool. Ich hab da auch so eine Theorie, was jetzt passieren wird. Die verrate ich euch jetzt noch nicht. So. Wie kann man sowas übersehen, frage ich mich, ne? Ach, ich schaff sowas. Noch einmal. Ich glaub, mit dem Letten hätten wir uns gar nicht hinbekommen. Also ohne die Vergrößerung. Also hier kommen wir ja beim Boss. Oh. Ja, stell dir vor, hier ist ein... Fisch ist hier ein Toad. So, Moinsen. Du bist der Toad. Ich hab es geschafft. Endlich bin ich aus dieser misslichen Lage. Möchtest du zum Herbsthöhe fahren? Solange ist zwar noch nicht her, aber ich kann kaum erwarten, wieder die Seilbahn zu fahren. Es macht einfach wahnsinnigen Spaß. Genau da wollen wir hin, stimmt's mal. Es sieht nämlich ganz danach aus, als wir die blaue Luftschlange dort oben hinführen. Ich erwarte noch ein anderer Paar. Ich erwarte noch ein anderer Paar, so Tja. Also entscheidet euch. Wie sie selber nehmen, noch nicht. Müsstet ihr euch noch vorbereiten? Kein Problem. Ja, ich würd gern wissen... Hier nochmal ein Toad sein soll. Naja, ich würd sagen, echt geht's doch. Selber nehmen? Ja. Hey, warum geht's denn nicht los? Alles in Ordnung da draußen? Alles in bester Ordnung. Die letzten Tage nehmen noch Plätze ein und los geht's. Ah, ab in die Herbstöhe. Meine Theorie war richtig. Hier trifft man auf den Bob-Ompf. Ein Partner. Der erste Partner, den wir bekommen neben Olivia. Nun diesmal wieder excited. Wow. Das ist ja mal super klasse. Wir sind ganz oben. Der Ausflug ist so toll und die Berge sind so groß. Siehst du das, Mario? Nee, er hält sich die Augen zu. Berge hier, berg da und überall sind Berge. Warum hat sich denn niemand gesagt, dass die Welt so wunderbar sein kann? Bist du zum ersten Mal auf Reisen? Oh, hast du geschlafen? Tut mir leid. Ich wollte dich nicht aufwecken. Das ist alles nur so aufregend. Mario und ich hier. Wir haben ein Ziel. Die großen blauen Luftschlangen folgen. Und was mit dir? Was bringt dich heute in die Seilbahn? Mich? Naja, ich bin Bob-Ompf. Und an mir erinnere ich mich nicht. Du weißt schon, wenn man an dein Gedächtnis verloren hat. Oder vielleicht nur verlegt. Jedenfalls, genau das habe ich. Und jetzt bin ich ganz alleine auf Reisen gegangen. Und nun ja, an alles zu erinnern. Mein Zuhause, der Sinn meines Lebens. Also was? Du hast dein Gedächtnis irgendwo verloren und jetzt hast du gar keine Erinnerung mehr? Ach, du Ärmster. Ich habe eine tolle Idee. Du könntest auf unserer Suche begleiten. Und wir helfen dir dabei, deine Erinnerungen wieder zu erlangen und auf dem Weg dahin ganz viele neue zu schaffen. Was meinst du, Mario? Wäre das nicht toll, wenn wir uns begleiten würden? Was? Äh, wirklich? Aber ich hätte euch beide auch nicht belästigen. Es ist doch ein freundliches Angebot, oder? Ich kenne noch nicht mal irgendwelche Tricks. Ich wäre nur im Weg. Ich meine, ich ließe mich vielleicht dazu überreden, wenn ihr das wirklich wolltet, aber... Na gut, kein Problem. Da waren ein paar echt gute Argumente. Du solltest aber wirklich besser allein reisen. Lass dich einfach mal in Ruhe. Eine gute Reise noch. Wow. So schön. Oh mein Gott. Also, das Angebot steht doch noch, dass ich, naja, euch begleiten könnte. Denn ich würde schon gerne, also, euch begleiten auf eurer Suche. Du mit dem tollen Schnurrbart und dem großen M. Dein Name ist Mario, oder? Das klingt so bekannt. Du bist vielleicht ein weltbekannter Abenteurer. Also, darf ich mitkommen, meine ich? Bitte? Na klar, dass du... Hurra! Oh, seht mal, der Gipfel von dem Berg da ist ganz rot. Da muss der Herbst... Das muss die Herbsthöhe sein. Hey, da hast du recht. Der Berg da sieht herbstig aus. Er ist ja ein ganzer sackbuntes Laub. Da muss ich einfach sein. Dann werden wir wohl bald anhalten. Ich kann gar nicht mehr abwarten, mir etwas die Beine zu verreden. Ich glaube, ich hab Beine. Ja, hast du. Jetzt, da wir zusammenreisen, sollte ich wohl besser vorstellen. Mein Name ist Bob Ompf. Ich verspreche euch, dir nicht den Weg zu sein, Onkel M. Und dir natürlich auch nicht, Tantchen. Ich heiße Olivia. Schön, dich kennenzulernen. Oh, wie cool. Ich wusste es. War tatsächlich die richtige Vermutung, dass wir hier Bob Ompf treffen. Das war auch aus einem Trailer schon mir leider bekannt. Ich find's mega cool. Jetzt kommen wir an die asiatische Herbsthöhe. Die Musik begeistert mich auf ein neues Mal wieder. Juhu, da wären wir. Die Herbsthöhe. Die Blätter sind rot. Das förmlich strahlen. Wunderschön. Das ist der perfekte Ort für eine schöne neue Erinnerung. Stimmt's, Bobo? Einfach nur Bobo und Tantchen. Aber jetzt los. Folgen wir den blauen Luftschlange. Ja, aber zuerst mal diesen ganz einfachen Toad. Wir kommen auf der Herbsthöhe. Hier sind die Blätter sogar im Winterbund. Oh, Mario. Danke, dass du mich gerettet hast. Sprich einfach mal an, wenn du ein Seilwand fahren möchtest. Ah, okay. Das heißt, wir könnten gar nicht mehr zurück. Und schaut mal. Hier sind sogar diese Löcher. Nein. Ich wollte sagen natürlich, diese Fische, die typisch asiatisch sind. Aber ich freue mich richtig auf den Bereich. Und da versteckt sich natürlich ein Toad. Ein Seemann-Toad. Oh, danke, dass du mir rausgefloppt hast. Flop? Äh, was? Ich meine, Mario. Vielen, vielen, vielen. Ich meine, Dank. Ich sitze schon seit Tagen auf dem Bergfest und sehe nämlich nach einem offenen Meer. Ich bin nämlich der Skipper-Toad. Den Skippen-Ted mal wieder. Tod. Ich werde mich sofort zum Schiff in Toad-Town begeben. Sag doch mal, auch hey, wenn du auf der Stadt bist. Oh, wie cool. Oh, ein echter Skipper. Der ist sicherlich, einmal über das Blaue See zu schippern. Wenn wir das nächste Mal in Toad-Town sind, sollten wir unbedingt den Hafen besuchen. Alles klar. Ja, ein Kampf-Toad waren wir ja. Okay, das sind aber auch so, ja, so Toads, die richtig obvious sind. Das freut mich aber. So, oh, ich liebe das Team hier. Das schaut so hübsch aus. Das ist abnormal. Ah, noch nicht. Okay. Die Sterne auf dem Boden, das verstehe ich nicht so ganz. Tatsache, die Logik, aber na ja. Muss auch nicht alles verstehen. So, ah, jetzt kommt. Frag, es gibt es hier noch längst. Tatsache. Ah, hier ist ein neuer Bereich mit einfach nur Gates. Also ich meine 500, umsonst nehme ich sehr gerne mit. Hier wahrscheinlich nicht. Ja, oh, ach so, das sind Blätter. Ach, das sind gar keine Sterne. Genau, das lässt du nicht sehen. Überall diese Ahornblätter, oh. Die Musik haben sie wirklich sehr gut gemacht bis jetzt. Kein Theme fand ich bis jetzt richtig schlecht. Oh, kam davor auch so viel raus. Also ich finde es gut. So, gucken wir doch mal hier weiter. Oh, schaut der Bob um. Und der ist jetzt so eine Art Partner. Und er läuft mir auch die ganze Zeit hinterher. Hey, da ist die Luftschlange, von der ihr beide gesprochen habt. Sie scheint nach links zu führen. Ich gehe mal nachsehen. Bommi, sei vorsichtig, nicht fallen. Bitte nenn mich nicht Bommi. Ich heiße ganz einfach Bob um. Keine Sorge, jetzt habe ich es mir gemerkt. Ich werde nie wieder mit deinem Namen vertun, Bobby. Jetzt hat sie es sich gemerkt. Ja, jetzt kann man auch nichts mehr ändern. Jetzt wird sie ihn für immer und ewig Bobby nennen. Ist es wirklich in Ordnung, Bobby alleine losziehen zu lassen? Ah, okay. Das heißt, ich darf hier gar nicht längs. Okay, dann gehen wir halt hier längs. Ich habe kein Problem damit. Bobby, da bist du ja. Du, Onkel M, zieh dir das mal an. Was? Eine Sackgasse? Wie soll man denn jetzt der Luftschlange folgen? Doofe, doofe Sackgasse. Menno. Diese Fällen sind zu groß, um darüber zu springen. Sogar für jemanden wie dich, Onkel M. Da hast du recht. Wenn der Weg hier versperrt ist, könnten wir es mal mit dem Berg versuchen, oder? Ja, klar. Oh, Tatsache geht das. Sollte ich jetzt einfach mal ausprobieren. So, und jetzt darf ich hier auch hoch. Dankeschön, liebe Olivia. Dass du mich jetzt hier hoch lässt. Oh mein Gott, das Theme gefällt mir. Ich mag Asia einfach sehr gerne. Oder der Theme. Soll ich hier nicht herkommen? Vermutlich, ne? Oh, ein Stachy. Interessant. Kann ich den auch? Oh, wer ist denn da? Vielleicht noch jemand, der auf unserer Leise begleiten will. Oho, Stachy-Kopf. Hast du das mit uns zu sammeln? Neue Erinnerungen zu sammeln? Bobby, stopp! Vorsicht, das sind Fallscherge. Die sind ganz gefährlich. Äh, der Kleine da? Echt? Naja, all die Stacheln sehen echt ein klein bisschen gefährlich aus. Na gut, dann halte ich mich mal lieber an die Fallschergen fern. Das ist eine gute Idee, aber ich zerstamp ihn. So, mal wieder ein Scharenkampf. Tag, der Fünfer Damage. Oh, wie er da wieder chillt. Der schaut so cool aus, echt. So, jetzt haben wir es ja geübt. Jetzt sollte es ja funktionieren auf jeden Fall. Ich würde als erstes die auf jeden Fall hier rüber holen. Oh. Und viel mehr geht auch schon gar nicht mehr. Äh, dann mal nochmal zurück lieber. Ah, ich sehe schon, ja. Äh, wie hat man den denn jetzt? Also, Ali kann man ja gar nicht anordnen. Da fehlt dir ja noch eins. Ja. Nun ja, ich gehe auf die Stachis auf jeden Fall. Mit dem Glitzerhammer. Also, jetzt kann ich ja auch wieder den normalen nehmen. Wir können ja nicht so verschwinderisch hier umgehen. Krass, wie viele Tolls hier sind. Das ist echt super. Oh, die leben noch. Was? Wieso ist denn jetzt einer nur gestorben? Das macht ja gar keinen Sinn. Naja, ich gehe jetzt nochmal auf die. Die sind jetzt eh so gut wie tot. Ja, bräuchte jetzt gar keinen Perfekt. Oh. Der macht tatsächlich auch Damage. Ja, hätte ich das mal früher gewusst. Oh, man. Ja, gut. Gut, dann Bobby. Ich hoffe, du kriegst es hin. Ich benutze jetzt extra nur die normalen Stiefel. Ja, wir flürzen damit. Ah, die haben nur... Ah, cool. Die haben ihre Flügel verloren. Und sind low. Ach so, er geht ja nur auf einen. Das ist halt das Problem. Okay, schade. Dagegen den normalen Gummars komme ich ja wohl an. Er pennt mal wieder. So, und jetzt haben wir diesen Fight. Oh, ich liebe das Problem. Ich freue mich richtig auf das. Wirklich exzellent habe ich das geschafft. Ja, das Timing bekomme ich schon ganz gut hin. Das blocken mittlerweile eigentlich auch, weil das ist halt echt nicht so schwer. Aber, ja, das mit dem Hammer ist jetzt auch gar nicht so leicht. Nein. Ich würde lieber wissen, wo hier ein Toad ist. Aber gut. Oh, da sind Cheap Cheaps. Jetzt auf die Armen. Na sowas. Hallo ihr Fischis. Diese Bergfische leben anscheinend an Land und verbringen ihr Leben damit, zwischen den Felsen hin und her zu floppen. Interessant. Äh, ich habe zwar mein Gedächtnis verloren. Oh, ich habe zwar mein Gedächtnis verloren, aber wieso haben sie denselben Rand für beide? Aber irgendwie klingt das nicht richtig. Brauchen die meisten Fische nicht Wasser? Ja, da hast du recht. Oh je, die weinen sogar, glaube ich. Ah, ah, nein. Oh, das ist ein Ding Cheap Cheap. Kann ich den, kann ich den helfen irgendwie? Intigente hätte ich vielleicht verfolgt, aber der liebe Bobby macht das. Was ist das denn da oben? Äh, wahrscheinlich, oh. Hallo? Ah. Sind alle diese Dosen leer? Hier sieht es ja nach einer Müllheide aus. Mal sehen, da ist HCSIFNUHT. Komisch. Die Buchstaben sind verkehrt herum und stehen auf dem Kopf. Da ist Thunfisch. Ah ja. Oh, Moment. Wenn man diese umdreht, gibt das natürlich Sinn. Thunfisch, also. Alles klar. Die Frage ist jetzt, darf ich hier ins Wasser? Ah, ne, das ist komisches Wasser. Interessantes Wasser. Wasser aus Papier. Den besiegen wir jetzt einfach mal. Ich habe Bock auf den Cheap Cheap. Wird natürlich wieder ein Scharenkampf. Aber, naja, ich nutze den anfangs damit immer. Oh je. Okay. Nur Cheap Cheaps anscheinend. Okay, ich habe kein Problem damit. Äh. Achso. Ne, Moment. Äh. Wie soll ich die denn beide in einem Zug verschieben? Das macht keinen Sinn. Wird er einfach so machen. Ah, das war sogar gut so. Oh, 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 oh. Ah ja, natürlich, weil ich drei Angriffe habe. So, ich werde jetzt die, hoffentlich die Eisenschiffe endlich mal benutzen. Also komplett verbrauchen. Die hätten ja echt noch lange, wenn man das so hat. Oh. Ja, wenn der jetzt noch überlebt hätte, ne? Eisenschiffe kaputt. Ja, ist okay. Denn ich hoffe, der normale Hammer passt. Ich mag halt diesen Goldhammer nur bei Bossen eigentlich benutzen. Boah. Richtig stark. So, jetzt muss ich es nur nochmal timen und dann habe ich es geschafft schon gegen die ersten Origami Cheap Cheaps. Oh, ups. Oh, ihr habt nur zehn Leben, Gott sei Dank. Ja, stimmt. Cheap Cheaps waren ja nie so richtig stark, ne? So, okay. Oh, ja, natürlich. Es ist cool, dass ich später so eine große Rolle spielen. Ich mag das irgendwie. Was bist du jetzt schon wieder? Nee. So, wir gucken jetzt mal noch, was geht denn da ab? Was denn? Ein Boot hier oben? Ah, Bobby, du Ärmster. Ich bin kein Abenteuerexpertin, aber mit Booten kenne ich mich ein bisschen aus. Die schwimmen. Weil das hier nur rumsteht, ist es also kein Boot. Also, wenn du dein Gedächtnis verloren hast, musst du auch deine Fähigkeit zu logischen Denken verloren haben. Ich weiß schon, was ein Boot ist, Tantchen. Wenn es hier ein Boot gibt, dann muss ich hier ein See sein. Wenn das stimmt, dann ist der See... Ausgetrocknet. Wow, das ist ja unglaublich. Hier ist also ein See. Ey, warte mal. Ist das nicht gefährlich? Wir werden nass. Schnell, wir müssen hier weg, bevor die Farben verlaufen. Sie sieht ausgetrocknet aus, also sollten wir hier sicher sein. Aber wenn hier Wasser gäbe, könnten wir dann Boot fahren. Und dann könnten wir glatt die Felsen über die Sackgasse hinweg fahren. Und der blauen Luftschlange folgen. Da müssen wir also nur den See wieder fluten? Also, ich weiß ja nicht, wie ich da helfen könnte. Wo wollen wir überhaupt anfangen? Ja, erstmal gucken. Ah, ich kann hier... Muss ich tatsächlich hoch? Ja, den Tore ziehe ich auch schon. So. Dann muss ich nach diesen Affen mal beziehen. Ich bin eigentlich nur hergekommen, um mich einen Job mit dem Flustor zu bewähren. Aber dann ging er ja in die Dose. Der Bootsführer muss echt auf Thunfisch stehen und bekommt voll Appetit, wenn man nur einen Ruder paddelt. Okay, aber ich muss jetzt noch sagen, das mit dem logischen Denken hat, glaube ich, Olivia nicht so ganz verstanden. Der Bootsführer präsentiert. Flustouren zum Relaxen. Türbeginn gleich hier. Und was bist du jetzt? Ach, was ein süßer kleiner Kerl. Hallo, Äffchen. Hm, ich glaube, der hat etwas zu schüchtern, ist der... Komme ich da auch hoch? Das ist eine ganze Menge Thunfisch. Ungefähr einen Jahresvorrat, schätze ich. So wie Thunfisch ist es aber nicht gut. Thunfisch ist überfischt. Mein Gott, ey. Okay, aber ich würde sagen, das ist hier ein ganz guter Zeitpunkt, um einen Cut zu machen. Oh, der Affe kommt auch wieder. Ey, wir werden hier in diesem wunderbaren Herbst-Theme weitermachen im nächsten Part. Ich freue mich schon drauf. Wir sehen uns bei Paper Mario, der Origami King wieder. Wir haben halt sehr, sehr viel gemacht. Fällt mir grad auf, ne? Aber gut, wir sehen uns. Bis dorthin und tschüss. Oh, die Musik.